Heißt also blöd gesagt, am besten einfach nicht in Führung gehen am Samstagnachmittag. Und dann Moinzen zum Vorbericht zum vorletzten Spieltag dieser Saison schon, auswärts bei Borussia Mönchengladbach, Samstag 15.30. Die letzten zwei Spieltage haben wir jetzt ja so ein bisschen auf Fußballromantik angelehnt. Alles parallel, Samstag 15.30, auswärts an diesem Spieltag sind wir zwei Spiele auf Sonntag gelegt worden. Und es geht nach Gladbach, die bisher schon eine recht wilde Saison hinter sich haben, kann man glaube ich sagen. In der Liga ist man schon seinen Erwartungen hinterher, glaube ich, da ist jetzt halt maximal die Conference League noch drin. Champions League war stark, Gruppenphase sich durchgesetzt bei Real, Inter und Donetsk, war da als Zweiter durch. Dann im Achtelfinale gegen auch Top-Gegner Main City gescheitert, die sind jetzt im Finale. Und im Pokalviertelfinale sind sie ausgeschieden gegen BVB, nachdem sie davor uns rausgeschmissen hatten. Sie hatten auch auf jeden Fall eine Krisenphase, die auch noch nicht ganz beendet ist, würde ich sagen. Eben einfach wegen diesem Rose-Abgang quasi mitten in der Saison, dass es verkündet wurde. Es gab auch viel Fanwut da im Laufe von den Ereignissen. Jetzt läuft sie dann ein Ticken akzeptabler, man holt sich wohl doch diesen europäischen Fußball irgendwie rein mit der Conference League. Ist ja gerade auf Platz 7, ist auch vom Kader her der Favorit in diesem Spiel. Auch keine krassen Verletzten, also die können auch quasi aus dem Vollen schöpfen. Das auch trotz der herben Niederlage in München mit dem 6-0 letzte Woche. Für Gladbach stehen wir noch an und dann geht es am letzten Spieltag nach Bremen. Wir haben jetzt natürlich Gladbach und danach zu Hause gegen Bielefeld am letzten Spieltag. Also kamen beide noch am letzten Spieltag so ein bisschen Anteil am Abstiegskampf. Das letzte direkte Duell gegen Gladbach war das knappe Ausscheiden im Pokal, das 1-2 im Februar. Sonst ist Gladbach auch einfach kein gutes Terrain für uns auswärts, muss man so sagen. Letzter Sieg war dort im Jahr 2012. Sechs Spiele danach hatten wir seither fünfmal Bundesliga, einmal im Pokal, zwei Unentschieden und jetzt zuletzt vier Niederlagen am Stück. Also Gladbach ist auswärts nicht unser Ding. Tabellensituation ist wie folgt. Gladbach siebter, wie gesagt, aktuell Confidence League Qualifikation heißt es für die. Macht ja auch von den Klubs, die da oben so drumherum schwirren, am meisten Sinn, dass Gladbach diesen Posten nimmt. Und jetzt nicht Union, Freiburg oder eben wir. Wir sind vier Punkte hinter Gladbach auf Platz 10. Rechnerisch sind wir auch noch quasi im Rennen um Platz 7 so ein bisschen halblebig. Freiburg ist zwei Punkte vor uns und Union ist auch vier Punkte vor uns. Sie sind punktgleich mit Gladbach aktuell. Wie gesagt, bei uns Klassenhalt ist fix, geht um nichts mehr und man wird dann einfach tatsächlich schlechtestenfalls Zwölfter diese Saison. Richtig krass. Und Heim- und Auswärtsabelle sind beide gleich. Gladbach ist der Heimtabelle, siebter Platz, wie auch in der Auswärtsabelle siebter. Also zumindest da ist die Statistik ausgeglichen. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Da ist wieder keine Pressekonferenz mit drin bisher. Aber der Kicker hat ein paar Verletzungs-Updates veröffentlicht. Kobel ist ein bisschen eingeschränkt im Training. Wird wohl knapp bis zum Spiel. Also tatsächlich, ja, könnte ich mir nochmal ein Spiel mit Bredlow hinten drin vorstellen. Die Abwehr bleibt so. Da eben einfach bei uns voll im Training ist, mit leichten Problemen. Aber ich denke, wir werden die typische Dreierkette da hinten haben von uns. Mittelfeld bleibe ich auch beim Alten, weil nämlich, das habe ich, ja, leider im Nachbieter tatsächlich ein bisschen vermasselt. Aber Klement tatsächlich wirklich ein ordentliches Spiel gemacht auf der Position, wenn man ihn nicht erwartet hätte. Auf der Sechs quasi. Deswegen gerne nochmal. Neben Endo da natürlich. Man kann ihn dann dadurch auch so ein bisschen ins Schaufenster stellen. Ist auch einer für einen möglichen Abgang im Sommer. Und links dann Sosa. Und rechts auch tatsächlich wieder Massimo, würde ich sagen. Der ist auch voll im Training. Da war ja nichts Größeres nach der Verletzung oder nach der Auswechslung zum Glück. Da ist aber natürlich auch ein Julienauf möglich. Ich tippe trotzdem mal auf Massimo. Zu Castro gab es da jetzt kein Update. Und damit wäre das der Startelf-Tipp. Kommen wir zur Prognose. Natürlich sehr gerne abstimmen im Community-Tab Sieg und die Niederlage. Und natürlich auch spezifischere Tipps. Genaueres. Einfach alles wieder in den Kommentaren rein. Ein Fakt, den ich jetzt erst im Griff gelesen habe, ist auch ganz interessant. Gladbach ist tatsächlich auf Platz 1, was das angeht, abgegebene Punkte nach Führung. Also 26 Stück haben sie da schon abgegeben. Dürfen uns aber auch nicht großartig darüber freuen. Wir sind da auf Platz 2. Punktgleich mit Mainz und Union. Wir haben 19 Punkte abgegeben nach Führung. Heißt also blöd gesagt, am besten einfach nicht in Führung gehen am Samstagnachmittag in Gladbach. Statistiken sprechen für Gladbach. Gerade durch das Heimspiel für Gladbach. Trotzdem ein bisschen schwierig einzuschätzen für mich, wie gut Gladbach jetzt an diesem Spieltag sein wird. Die hatten den Spieltag, wo sie Frankfurt zu Hause hochschlagen. Jetzt hatten es einen, wo sie in München komplett unter die Räder gekommen sind. Also es hat was von der Wundertüte. Und bei denen geht es ja auch noch ein bisschen was. Also wenigstens so ein bisschen europäischer Fußball, auch wenn es so die Conference League ist. Ja, das ist glaube ich, sollte schon das Ziel sein von Gladbach. Deswegen, ich sehe es ehrlich nicht, dass man in Gladbach mit einer weiterhin geschwächten Mannschaft tatsächlich auch drei Punkte holt und gewinnt. Bin aber optimistisch genug für einen Punkt. Daher mein Tipp, komm wir machen ein interessantes Spiel draus noch. 2 zu 2 Samstagnachmittag in Gladbach. Und zum Abschluss hier nochmal in Hülle und Föhle der ganze Spieltag getippt neben mir. Ich glaube sogar Dortmund, ich rede letzte Woche, mit 3 zu 2 gegen Leipzig. Aber ich glaube, der Rest war wieder mal großer Quatsch. Mal gucken, wie die Tipps hier abschneiden. Und damit war es das von dem Vorbericht zum Gladbach-Spiel. Heute Abend gerne auch schon dabei sein im Stream in unserem Community Gaming und Laber und Whatever-Stream. Sonst am Samstag übers Wochenende hinaus die ganzen VfB-Geschichten gerne abchecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.